Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Ihr Farbfilm voll von schönen Erinnerungen ist, dann sollten Sie ihn schnellstens zu Coop bringen. Weil Sie beim Coop Fotoservice in der kürzester Zeit bedient werden. Wenn Sie morgen Ihren Film in Coop laden bringen, dann können Sie am Samstag Ihre Farbfotteren schon wiederholen. Ihr Film wird nämlich noch am gleichen Abend aus dem Coop laden abgeholt und die Nachtdauer entwickelt. Zum günstigen Preis und in der besten Qualität, die es überhaupt gibt. Das ist nur möglich, weil der Coop Fotoservice ein grosses Labor mit den modernsten Apparaturen zur Verfügung hat. So ein computergesteuerten Hochleistungskopierer belichtert 10'000 Papierbilder pro Stunde. Der Computer korrigiert sogar automatisch die Belichtungsfehler des Kunden. Dann kommen die belichteten Farbbilder in Form von 150 bis 500 Meter langen Papierrollen in die Entwicklungsmaschine. Die entwickeln pro Minute über 400 Farbbilder. Da passiert etwas ganz Wichtiges. Kontrolle durch einen speziell ausgebildeten Fachmann. Das Bild muss korrigiert werden. Dank dem Strich, den wir gerade gesehen haben, kann der Computer dieser Hochleistungsschneidmaschine das schlechte Bild zur Korrektur heraus sortieren. Mit elektronischer Präzision wird hier der Auftrag von jedem Kunden fertig gemacht. Film-negativ und Fotos werden sorgfältig verpackt. Drei Tage nach der Bestellung können Sie dann Ihre Farbfotos im Coop-Ladenkuchen abholen. Ja, das ist eine Neuheit bei Coop. Farbfotos extra gross. Bei diesen extra grossen Farbfotos können Sie zum Beispiel etwas, wo Sie nicht draufhaben wollen, einfach wegschneiden. Und beim Coop-Fotoservice können Sie verschiedene Poster in den verschiedenen Grössen auch machen lassen. Sie sehen, der Coop-Fotoservice bietet in kurzer Zeit spitze Qualität. Und das zu den günstigsten Preisen. So, das wäre es. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Aber vergessen Sie die Aktionen nicht, die jetzt gerade noch kommen. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop eine Kilo Dose Davamalt statt für 8.30 Fr. für nur 6.95 Fr. Zwei Dosen spanischen weissen Ton statt 3.30 Fr. nur 2.90 Fr. Zwei Dosen marokkanische Sardinen statt 1.80 Fr. nur 1.50 Fr. Eine Schachtel Streichschmelzkäse Gerber Extra kostet bei Coop statt 2.25 Fr. nur 1.85 Fr. Und eine Schachtel Rioba Schmelzkäse Spezial statt 1.90 Fr. nur 1.65 Fr. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop drei Dosen geschälte italienische Miditomaten für nur 1.50 Fr. Und 2.5 kg Pintihertöpfel kostet nur 1.80 Fr. Alle die Aktionen ab morgen in allen Coop-Läden. Auf Wiedersehen.